Musik Lokalmatador Philipp Lageda ist der erste Südtiroler, der beim landesweit bedeutendsten Tennis-Turnier ein Spiel gewonnen hat. Die 64. ATP-Challenge in Gröden wird heuer zum zweiten Mal als Herren-Turnier ausgetragen. Von vier Südtirolern hat es Philipp Lageda als erster geschafft, sich über mehrere Runden zu halten. Als Tennisspieler will man immer gewinnen, aber die Bedeutung ist schon daheim zu spielen, die Möglichkeit haben, da aufzuschlagen vor heimischem Publikum im eigenen Tal, wo man wohnt oder wo man aufgewachsen ist. Das ist sicherlich primär der Grund und Spaß haben steht da sicherlich im Vordergrund. Turnierdirektor Wolfgang Wanker hat nach elf Jahren Damen-Tennis bewusst in den vergangenen Jahren auf die Herren gesetzt. Die Veranstaltung der Damen hatte bereits ihre maximale Größe erreicht. Bei den Herren hingegen gab es noch Handlungsspielraum. Deshalb auch der Wechsel. Derzeit beträgt das Preisgeld 64.000 Euro. Gesamtkosten der Veranstaltung 150.000 Euro. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage soll das Event in Zukunft deutlich weiter wachsen und an Bedeutung zunehmen. Bei den Herren kommen noch auf 85.000 und auf 106.000 Steigen und das wäre in dieser Struktur möglich. Natürlich, wie gesagt, die Möglichkeiten sind dann vorgegeben von den Sponsoren und organisatorisch hätten wir sicherlich kein Problem, auch 106.000 Euro Turnier zu organisieren, weil die Organisation ist dieselbe. Wir hätten nur mit besseren Spielern zu tun und das könnte das Ziel sein für die Zukunft. Trotz der breit gefächerten internationalen Beteiligung mit beispielsweise Spielern aus Indien, Australien und den USA fehlt leider der einheimische Tennis-Star. Andreas Seppi zog es vor, in Paris zu spielen. Seppi ist Nummer 51 der Welt. Er hat dieses Jahr wieder gehofft, ins Hauptfeld in Paris reinzukommen. Das ist ein Masters Millet-Turnier, also nach dem Grand Slams-Turnier, das größte Turnier, die größte Turnierserie. Und der Andreas ist ein Profi und er schaut natürlich, dass er dort, er hat gekauft, dass er dort reinkommt. Heuer ist es nicht uns gelungen, dass er nach Gröden kommt zu spielen, aber ich bin zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren nochmal klappt. Und wenn es soweit sein wird, dann werden wir uns alle darüber freuen. Neben Philipp Lageder nahmen nur drei weitere Südtiroler an dem Turnier teil. Jakob Nicolussi, Matthias Wolf und Patrick Prader. Leider sind alle drei bereits in der ersten Runde ausgeschieben. Prader, der in Gröden als Tennis-Lehr arbeitet, verfolgt indessen als Zuschauer mit insgesamt 9000 weiteren Interessierten die Spiele. Es ist schön mitzuspielen, weil ich hier Tennis-Lehrer mache und die Möglichkeit auf so große Turniere habe ich auch noch nicht mehr mitzuspielen. Und deswegen war es schön, dass ich da dabei war. Unter den Tennis-Profis und Fans verfolgt auch die neue U14-Italienmeisterin Verena Hofer die spannenden Matchs in ihrer Heimhalle. Sie betrachtet das Ganze als Anschauungsunterricht. Schließlich möchte sie irgendwann einmal zur Weltspitze gehören. Von mir aus ist das ein gutes Beispiel für mich, weil die spielen ja ganz gut und so muss ich ja auch werden, um so gut um die Turniere mitzuspielen. Und ja, ich hoffe, dass ich auch so weiterkomme. Markant für die ATP-Challenge in Gröden sind die schnellen Bälle, die schon mal über 200 Stundenkilometer in Richtung Gegner geschmettert werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens die Lage des Austragungsortes mit über 1200 Meter Meereshöhe. Und zweitens der Boden, der schon vor einem Jahr hätte ausgetauscht werden sollen. Wir haben die notwendigen Schritte jetzt schon eingeleitet, dass es nächstes Jahr wirklich zu dem kommen wird. Und wir werden im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres den Boden dann umbauen, immer wenn die Finanzierung kommt. Aber ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg und wenn das garantiert wird, dann werden wir den Umbau tätigen. Und dann werden wir nicht auf einem Teppichbelag spielen, sondern auf einem Kunstboden. Ich glaube, es gibt relativ wenig Turniere auf der Höhe. Deswegen ist es für viele ungewohnt, so hoch zu spielen. Und die Bälle fliegen weiter, die Spiele schneller, die Aufstecher sind schneller. Ich würde sagen, es ist schwieriger zu spielen. Nach dem ersten gewonnenen Spiel muss sich Philipp Lageda leider mit 6 zu 3 und 6 zu 4 geschlagen geben. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich habe erste Runde gewonnen, jetzt das zweite Spiel. Das war, glaube ich, okay. Also ich würde sagen, es war sehr gut von mir, weil ich trainiere relativ wenig. Und das war jetzt ein Spieler, der steht um die 400 auf der Welt. Und das ist halt im Prinzip halt ein Break pro Satz entschieden. Aber für mich war das auf jeden Fall gut. Am Wochenende wird die Entscheidung um den Turniersieg fallen. Leider ohne Südtiroler Beteiligung. Doch ein spannendes Match wird es allemal werden.